hallo allerliebster uwe wöllner ich stelle mir mal vor mein computer bist du damit ich besser zu dir sprechen kann und zwar es geht um dieses secret talent secret heißt ja geheimnis talent talent geheimes talent mir kommt so vor dass mein geheimes talent mir selbst noch ein geheimnis ist es ist so geheim dass ich selber nichts davon weiß ich weiß zwar dass ich ein geheimes talent habe aber es ist so geheim dass ich ihm noch nicht auf die schliche gekommen bin ich könnte zwar sagen ich bin schon das super talent im nichts besonderes sein aber wer ist das nicht lieber uwe du bist immer so schön wollüstig peinlich dass es mir eine freude ist dich nur immer ganz kurz anzuschauen und dann wieder wegzuschalten tauchst du auf aber es ist echt schön dass du du bist und dich nicht verstellst es wird wahrscheinlich wäre wahrscheinlich nicht gewinnen bei dem secret talent weil ich weiß es ja nicht weil es ja so geheim ist mein talent also trotzdem alles liebe und frohe bis jetzt dein tarot tiki tiki aloha